Okay, Schwester, ich steh'n viele Dinge. Ich bin grad frisch aus der Dusche. Jetzt gibt's jetzt mal ne Morgenroutine. Ich zeig' euch mal, wie man die Dinge richtig schichtet. Denn das Schichten ist irgendwie komischerweise für Leute ne große Verwirrung, obwohl's relativ simpel ist. Also deswegen, let's go! Wir fangen erst mal an mit den Basics. Oberste Regel ist immer, wir schichten immer von der dünnsten zur dicksten Textur, also meist ne Creme. Das ist die allerwichtigste Regel. Ausnahmen sind so Dinge wie Vitamin C und Retinol. Wenn ihr stärkere Wirkung habt, solltet ihr auch zuerst auftragen, bevor ihr was anderes auftragt, wie zum Beispiel Feuchtigkeitsprodukte. Nun lasst es das fest beginnen. Ich trage zuerst eine feuchtigkeitsspendende Flüssigkeit, auch in dem Fall den Liquid Hydrator. Danach folgt etwas Niznamid. Das ist auch ein Wirkstoff, aber ich benutze ihn mehrfach täglich, deswegen meh. Vitamin C ist auch so ne ganz nette Sache, deswegen kommt als nächstes Vitamin C. Und, naturalement, Sonnenschutz. Weil tagsüber Sonnenschutz, abends Nachtpflege ohne Sonnenschutz. Yay! Gar nicht so schwer! W livres sauber. Wow, ich bin jetzt sogar mit einem Weihabber, Essendicum, wo es dafür gibt es nicht nur processing, Ich hab die Post those da,